Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich grüße euch hier aus dem sonnigen Frankfurt am Main. Ja, wie ihr seht, der Main ist noch da, das Wasser ist auch noch da und der Stau im Berufsverkehr ist da. Ja, was soll man sagen, nach langer Zeit mal wieder in der Heimat, je länger man weg ist und es nicht sieht, umso mehr Knistern ist er eigentlich. Und das ist auch ganz gut so. Mal gucken, was hier los ist in der City, was ist noch da, was hat sich geändert und bis gleich.